So, Mahlzeit mal wieder und willkommen zurück in dem sehr tonlosen Spiel Honey, Are You There? Ein Spiel, wo ich Winnie-Pooh bin, der seinen Honig sucht. Nein, natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, das spiele ich bis jetzt. Wir spielen weiter. Nein, ich finde es kacke. So, hier war, ich habe jetzt inzwischen ein lecker Kartoffelpüree gemacht. Da, genau, da komme ich ja mit diesem Medican nicht weiter. Hier war die Tür zu. Da komme ich gar nicht an den Griff ran. Die Belegung ist immer noch scheiße. Hä? Da konnte ich vorher noch nicht nehmen. He wants to meet in the park. I don't like that. Leute sollten Englisch lernen, bevor sie Spielwerk wiedersehen. He wants to meet me in the park. Und dann kommt kein Komma. Dann kommt ein Punkt. Oder man macht einen Relativsatz raus. Because. But I don't like that. Ansonsten sind das zwei. Und tschüss. Klugscheißer, stopp. Vor zwei Monaten. Interakt. Honey, come meet me at the park. At the park or in the park? Ich habe vorhin von Winnie-Pooh gesprochen. Und es gibt ein Horrorfilm, der jetzt am Markt ist. Mit angeblich Winnie-Pooh. Leute. Nein. Guckt euch das niemals an. Ich war sehr froh, dass ich das auf einer Streaming-Seite gucken konnte. Wo man immer mit der... Ich habe so eine Filmedienung, eine Windows-Filmedienung, zehn Sekunden vorursprungen konnte. Das ist, glaube ich, so ziemlich der schlechteste Film ever, den ich je gesehen habe. Da ist Bad Taste. Bad Taste. Ein ganz alter Film. Ganz... Wie heißt der immer? Jack? Jack? Der Regisseur von Herr der Ringe. Hat das mit damals so einer Gruppensaison gemacht. Aber da ist der Film, der ist noch richtig geil dagegen. Schluck das Bananenmonster ist besser. Alle anderen Filme. Also wirklich, dieser Neue möchte gern Winnie-Pooh. So eine Scheiße habe ich noch ein ganzes Mal noch nicht gesehen. So ein Unsinn. Wirklich. Also, das ist wie wahrscheinlich bei dem Spiel Unsettled Events in the Blood-Up. Nimmt sich nicht ganz ernst. Ja, I go away from me. Was ist denn jetzt los hier? Mann, ey. Hier ist Strom an. Ah ja, anscheinend. Die Milaterne glüht. Hier drüber müsste ja auch Strom sein. Oder eine Lampe sein. Weil... Oh! Eko il Panorama. Befinde ich mich gerade am Rande der Milchstraße. Und gucke in den Arm. Krabbe ich im Flashlight. Hatte ich vorher, habe ich jetzt nicht mehr. Wo bin ich denn jetzt? Ich sehe auch gar nichts. Motte. Ich habe einen Hammer. Und der Loop der Grillen und Zikaden ist gerade wieder durchgegangen. Hatte ich gehört, ne? Nein, ich meine, ich freue mich ja, wenn Leute wirklich meinen, sie müssen ein Spiel auf den Markt bringen. Oh, Night Vision. Mit N. Ja, leckt mich fett. Und ich muss keine Batterien sammeln. Das ist auch mal was. Unüblich. Und das sind alles Night Glow Trees. Phosphoristierende. Alter, ich gehe, als wenn ich irgendwie auf Alu-Fiedern laufe oder so. Oh! Und über Tisch und Stuhl. Und durch den Pavillon. Alter, mit Night Vision. Ich kann alles. Ich kann. Ich bin. Ne, über die Bank komme ich nicht. Ach, da ist wieder ein Jammer oder was? Komm, wir gehen bei oben im Neidwischen hin. Liebling, ich habe die Kinder geschwumpft. Da komme ich mit dem Neidwischen denn da durch? Kann ich doch voll. Die Frau hat massive Schulterprobleme. Weil sie kommt mit dem Arm nicht mehr im Kopf. Ja, das erfordert sofortige therapeutische Behandlung. Behandlung. Außer bist du viel zu dünn. Ich habe ja vergessen, dass ich einen Hammer habe. Alter, das war ja voll der Hammer. Wisst ihr, was ein Hammer ist? So ein Rollstock mit einem Metalltopf oben dran. Damit kann man nirgeln. Ich hoffe, zum Beispiel. Das ist ein Hammer. Ich kann immer noch nicht crouchen. Only, you can crouch only when needed. Das ist ein Buch. Oh, ich kann die Crowbar nehmen. Ich kann nicht das Buch nehmen. Ich kann nicht öffnen. Da ist immer noch. Regen in der Lava. Hier, wie alles der oder was? Ich kann nicht öffnen. War der auch schon da? Oh, war die gerade schon da? Habe ich dir also geschworen? Die Manicke? You. Kann ich die du ineinander lesen? Oder wie ist das? You. Die gute Huse. Ich glaube, jeder Mann kann, wie ich wollte. Geht das nochmal? Da willst du jetzt wirklich die Kruse nicht mehr, wäre es noch schön. Ach, guck mal, da brauche ich jetzt auch die Crowbar. Das ist wieder so, hui, es geht auch mal 180 Grad kehrt. Ich habe ihn echt verpasst. Und ich wollte mal Flashlight anmachen, was ja nicht geht. The most beautiful woman in the world. Honey. Will der mich verarschen? Guck mal, komm ich jetzt in diese Tür? Oh. Gerade eben noch. Jetzt kommt natürlich, ratet mal, der ultimative Schaubi-Test. Und schon durchgefallen. Ich kann nicht mal die Creme vom Spüleimer nehmen. Ich kann gar nichts. Ich bin... Gott, ist das schlecht. No, ein Klo. Warum kann ich hier rein? Warum kann ich hier rein? Kann ich jetzt crouchen? Nein, kann ich auch noch nicht. Foto! Foto! Hör mal, hier. Monster beim Kacke. Nein, auch nicht. Riegel. Auch nicht. Wer seid das hier? Lockhead. Ich dreh durch, ey. Alter, was klopft hier? Hier ist nie irgendwo eine Tür. Hier ist gar nichts. Na, klopf. Und ich bezahle gerne. Ich habe heute nicht ja auch Kreditkarte. Muss ich hier nochmal... Uh, Kuckuck. Kuckuck. Äh, ich habe... Keine Ahnung. Achso, das hat man auch schon mal, ne? Draußen riecht es Lava. Keine Bildstimmung. Ganz ehrlich, ich ziehe das Spiel nicht in die Länge. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Wahrscheinlich, ich sage ja, inzwischen bin ich einfach viel zu blöd. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht ist diese Tür, weil sie am weitesten entfernt ist von allem. Hoffen. Aber wahrscheinlich habe ich wieder mal keinen Schlüssel gefunden. So, da muss ich jetzt... Kann ich wieder irgendwelche Sachen nehmen, die ich vorher nicht nehmen konnte? Zum Beispiel diese Überwachungskameras aus der Wand reißen, die sind so ein Scheiß. Computer, kann ich noch mal benutzen? Nein. Boah, legt mich am Arsch. Ja, jetzt muss ich erst mal... Ich glaube, ich taue jetzt mal den Spinat auf. Ah, nein, ich taue jetzt mal den Spinat auf. Ah, nein, ich taue jetzt mal den Spinat auf. Metall, woher kennt man das denn? Ach ja, Connected to the Cable. Ach herrje. Die Menneke sind wieder da. Ich liebe das Spiel. Nicht. Bis gleich. So. Um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir... Musik? So. Weil, ganz ehrlich, hier passiert ja gar nichts. Ich bin jetzt hier so in tote Hose. Halli. Ja. Du hast ja auch die Falle. Ja. Hörneschützschüler. Nein, 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 nein. Hörneschützschüler. Ja, nein, nein. Nein, nein, nein. Crouch! Kann ich nicht. Ja. Ich muss das wieder aufschieben. Oh. 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 Ja. Der Spiel ist so spannend, wie die Zahne hast du. Warum soll ich das denn? Was war denn jetzt schon wieder? Mach hier keine Mennekes, wenn er. Welcher Mensch hat keine Angst und wenn ja, wovor und warum dann, wenn nicht? Ich stelle gerade dumme Fragen, die kein Mensch beantworten kann und auch nicht heute. Außer für die Träger. Weh, 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 komm wir wollen hier. Alter volles Put. Ich entschuldige mich für Scheiß. Alarmstufe hoch. Es gibt jetzt mehrere Endings wahrscheinlich, ne? Ich kann nicht crouchen, ich kann nicht pinkeln, beschweige den Kotzen, wenn ich jetzt gerne möchte. Ja, das ist schön. Ohhhh! Ohhhh! Sehen super aus! Escape! Und ich versuche nochmal das gute Ende! Sehen der picke Safepoint! Na klar! Und zwar? Ich kenn ja auch so den Kanal. Ach der, je! Ah, hier war der für den Klo. Ohhhh! Was wusste ich denn nochmal? Ich wollte die Wagen, ne? Hm. Klopfen in den Wänden. Von Leuten, die ich nicht sehe. Schränke, die ich nicht öffnen kann. Wo muss ich denn nochmal irgendwas sehen? Ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich musste doch irgendwas machen. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja schön, weil die Spiele vergießen, weil ich ja schon wieder hab. Weil das total... ...undfremd ist. 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 Aaaah! Wusste da irgendwas mal. Die Menek is... Genau. Aber nicht jedes Weezer bricht. Oh, wusste jetzt mal hier? Ja, da genau. Das wäre ich vor meiner Extra-Aure-Macht. Alles deine Schuld. Genau. Vielleicht sollte Sigmar fragen, warum ich sie verlassen hätte. Das ist meine Schuld. Das ist alles meine Schuld. Ich habe ihn wieder verpasst. Ich bin zu doof dafür. So, jetzt machen wir mal die G. Die Gustav der Depp aus der Klasse. Kommt jetzt das gute Ending? Kann ich jetzt? Kann ich jetzt? Kann ich überhaupt was? Ja. Jo. Ja. 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 Also ich hab ja gar Fritzluftkammer durch den Scheiß. Die Zwillen fangen an zu schmogen. Ich rieche das. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Das ist das gute Ende. Ich schreie das. Ich schreie das. Ich schreie das. Ich schreie das. So, guck mal, die Zwiebeln sind super bis jetzt. Dramatik Musik. Bastian, von mir. Dramatik Musik. Nein! Wo ist der Scheiße? Wo ist der Scheiße? Hier sind Griechen. Ich meine, ich weiß nicht, wann sie das entwickelt hat, aber momentan, wie in Griechenland hat es 45 Grad ... ... zum Schatten fast über. Und wahrscheinlich hätte sich das er entwickelt. Es war wieder mal schlecht. Ich zeige euch jetzt aber was echt Positives, bleibt mal kurz dran, so, das ist mein Kartoffencourée ohne Zwiebel, handgestampft, man sieht es läuft nicht aus der Turm, es ist fest, Sahne dringend, Muskat, Salz, Pfeffer, Butter vor allen Dingen und da kommt jetzt mal die gebratende Zwiebel runter. Mit Zwiebeln lecker, dazugestrigadellen auf meinem Kanal. Ja, honey are you there? Nö. Also ich denke mal, ich werde jetzt eine Brandel machen vom Roroak Trip, in dem ich mich auch schockieren lasse, zum zynischen Betrachter von heutzutage Gebräuchsspielen, die irgendwie alle nur noch gleich sind. Oberflächlich, dämlich, ich kann es nicht anders sagen. Und irgendwie 0815, falls jemand weiß, wo der Begriff herkommt, 0815, recherchiert es mal, das ist sehr spannend. Aber ansonsten, das war nichts Gutes und nichts Schlechtes. Man kann es mal, man muss aber nicht. In diesem Sinne, ich deinstalliere es jetzt wieder sofort und bin froh, dass ich wieder Platz auf der Festplatte habe für eventuell bessere Spiele. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss.